Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Wie ich euch in der letzten Folge versprochen habe, versuchen wir heute mal nur mit Goblins anzugreifen. Lass mich noch einen Drachen. Ich habe drei Drachen weggespendet. Einen hatte ich noch und habe den irgendwie nicht wegbekommen. Ist jetzt auch egal, würde ich sagen. Jo, mich nicht. Also wir gehen nochmal die Fakten durch. Also 24 Schaden, 23 Leben, naja, 80 Alexia, 30 Sekunden zum Ausdrucken, 32, nee, 32 schnell. Goblins. Alter, extrem schnell. Okay, dann würde ich sagen, wir greifen mal. Wir gucken uns den hier mal an. Was mache ich? Ja, 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 ja. Also wir sehen, könnt ihr die Probelebyen, die Probele, ziemlich schnell. Soll ich jetzt auf den Drachen setzen? Glaube nicht. also leute dass der schlechteste um die kobold angriff von allen ich hätte extra herausgesucht weil er nicht ganz so stark ist aber was soll ich sagen der war extrem stark den vor vorlebst bei den kobolden ja warte ich den hier nee warte warte den hier 27 prozent mit barack gegen rubycreen aber ob ich die mal irgendwann mal wieder leveln sollte ja wenn ich unnötig viel wir warten erstmal wir machen jetzt erstmal kurz den kurzen angriff da bekommen wir null 0 0 0 0 3000 ich würde sagen wir greifen wir an Dann würd ich schlagen, positionieren wir mal die Ballen. Das sind die Leute. Ob das ein Drache war, den ich unnötig versuche. Für 3.000 Elixier, den Drachen er nur 20.000 Elixier kostet. Für das fünfte? Für das hier. Ja, ich hatte 16.000 Elixier. Ich habe einen Blitz, aber habe ich auch noch für den benutzt. Hey, guck mal, das ist ein Liddy generell überhaupt nicht. Nur Goblins. Wir sehen, haben wir mit Goblins zu einem zweiten Mal 100% down gemacht. Äh, Goblins. Goblins! Leute, ich habe keine neun gewählen. Neun Stück habe ich nicht, Mann. Ich bin zu arm für neun gewählen. Schönen wir mal zu. Schönen wir mal das mit Team ist. Ich greife mir hier meinen extrem guten Gegner an. Es müsste der fünfte sein. Das ist sehr schwierig, ihn anzugreifen, doch kann ja sein, dass es so hinschuldig ist. Da könnt ihr sehen, wie es ist. Ich stehe schnell. Alter, das klingt mir sofort, als ob wir mal zwei Geschwindigkeiten spielen würden. Ich will mal rein, wie schnell die Scheißteile sind. Ich benutze, ich glaube, heute das erste Mal nach bestimmt fünf Monaten. Okay, das war's noch mit der Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss.